Mhhm, meine Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, es geht um gar nichts, das ist, ich bin jetzt seit 6 Monaten aktiv auf dieser Plattform und ich dachte, ich sollte mal vielleicht auch einen Kanaltrailer machen. Also, heute geht's mal darum, was bin ich? Was mache ich auf dieser Plattform? Was grenzt mich von anderen aus? Warum bin ich so ein scheiß Wrensohn? Und zwar, simpel. Ich hab kein Argument. Ihr habt keinerlei Grund, mich zu abonnieren. Es macht keinerlei Sinn, irgendwie irgendwas von mir zu schauen. Ihr werdet davon keinen Mehrwert haben, das einzige, was ihr davon habt, ist Zeitvertreib. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach qualitativ hochwertigem Content, geht woanders hin. Ich bin hier und mache Commentaries, schätze ich. Also, ich falle höchstwahrscheinlich in die Commentaries-Lash-Kritiker-Szene, auch wenn ich nicht wirklich als Kritiker gesehen werden möchte, aber kommst halt nicht drum herum, wenn du dich über das Dinge beschwerst. Und ich mache simpel und einfach Commentaries. Ich nehme mich auf, wie ich rede. Und das war's. So, ich bin nichts Besonderes. Ich packe ein Gameplay hinterher und das nenne ich den Tag. Also, wer auf solche Videos steht, ja, bleib hier, ne. So, man sieht, ich habe mich allgemein verbessert, auch zumindest von Qualität, von Qualitätstechnischen her. Da, wenn man die ganz, ganz alten Videos schaut und durchaus noch Dinge merkt. So, natürlich, ich mache immer noch Fehler in Audio-Produktionen, aber, ne, es wird besser. So, naja, es ist eigentlich nur so kurz, damit ich irgendwie sagen kann, yo, wer bin ich, was mache ich, so. Ich habe jetzt nicht irgendwie großartig was geplant, was ich euch vorzeigen könnte. Außer, dass ich das jetzt seit sechs fucking Monaten mache. Also, dann bleib toxisch. Der moniert mich, disleicht mich, entbemült die fucking Glocke und RUTE FULL RASEN, WURN SENDER! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!